So Leute, jetzt wird ein bisschen realistisch geangelt und zwar bei Sticky's Minecraft-Memes. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und go! Ah, guten Tag, Herr Villager. Schön, mit Ihnen handeln zu treiben. Eins, zwei... Wie er guckt. Junge, was bist du denn für einer? Ja, bei dem Trade würde ich mich auch beschweren. Also... Er hat auf jeden Fall ein Schwein dabei. Kann man irgendwie sprinten mit dem Schwein? Ja, weil man wird da ja jetzt so ein bisschen runtergedrückt. Ist man dann schneller? Ah, man kann... Das ist so ein Glitch. Jetzt kannst du komplett alle Höhen sehen. Ist schon ganz cool. Mann, das arme Schwein. Das soll nicht dafür geboren, unter der Erde zu sein. Mann, Minecraft-Schweine sind so süß. Guck mal, ich habe sogar passend hier so eine Minecraft-Tasse heute Morgen. Hat mir Menjels Brüder geschenkt. Okay, ich habe nicht aufgepasst. Was war... Was ist da passiert? Er hat ein Glowstone auf dem Kopf. Ach, hä hä hä. Hä hä hä? Irgendwann hat er ein Glowstone auf dem Kopf. Ich weiß es nicht, Leute. Wie mag ich diese Musik? Mann, jetzt zeig mir doch mal das Angeln! Was hat er da im dritten Slot? Ist das so ein Nether-Kristall? Was ist das für ein Item? Und jetzt? Okay. Er konnte das Ding verschieben. Was ist daran jetzt so krass? Jo, Explosion. Moin, Ender-Drachen! Oh ja. Spaß mit Minecraft. Das muss ich sagen, ist eine geile Erfindung. Ich habe immer davon geträumt, so eine richtige Achterbahn zu haben oder so eine Minecart-Strecke durch mein komplettes Dorf. Oh! Okay, er hat jetzt irgendwie gefühlt 1000 dahin geballert. Hä? Wieso... Wieso können die da drüber fahren? Fällt er auch da weiter? Ne. Hä? Warum fällt er... Ich check's nicht. Alter, das war ja ganz geil. Warum konnte der über nicht existierende Blöcke fahren? Weil die Blompette immer noch... Jetzt! Oh, das ist voll cool. Yeah, hol mal die Angel raus. Der Nemo ist ja... Ist doch so ein Nemo-Fisch, oder? Das ist Nemo und das ist Dori. Richtig? Oder ist das ein Unterschied? Egal. Oh nein. Nemo nicht! Nemo! Ja! Oh! Und die Katze. Die hat direkt Bock auf den armen kleinen Nemo. Ne, lass mal... Katze, mach mal nicht. Kann man... Kann man... Schmeckt Nemo? Oder Dori? Schmecken so tropische Fische? Oder sind die ungenießbar? Haben die so Gift? Ich weiß es nicht. Ich bin dafür, dass wir es ausprobieren. Soll ich mal... Soll ich mal googeln? Schmeckt Nemo? Ist ja richtig mies. Ich hab mal Nemo gesehen. Also jetzt... Jetzt for real. Äh... Ich war mal... Eben... Boah, ich weiß gar nicht, welcher Ozean das ist. Und da war ich... War ich so tauchen. Und da war da so Nemo. Iron Golem... Ne. Bronze Golem. Als ob. Sag ich immer noch, wäre eine geile Sache. So, weil wir haben auch mal ein Video gesehen, wo man Diamant Golem bauen konnte. Halt die... Die stärker sind. Je nachdem, was du einsetzt. Würde ich feiern. Oh... Kleine süße Katze. Oh... Ne... Schwangere Katze? Was... Was ist denn mit dir? Warum hast du so... So ein Plüschzeug? Ja, lecker, realistischer Fisch. Oh... Don't forget to leave a like. Mögt ihr Fisch? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich mag nicht jeden Fisch. Es gibt auch so Fisch, den ich jetzt nicht so wirklich feier. Aber ich esse schon... Ich esse schon Fisch, ja. Aber ich komme ja auch aus dem Norden. Ich bin ja auch auf ein Fischbrötchen gezeugt worden. Auf so einer leckeren Makrele. Obwohl, ich weiß gar nicht, welcher Fisch... Einer ist so auf dem Fischbrötchen so mega... sauer-salzig. Den mag ich nicht. Ich glaube, das ist Makrele. Da bin ich nicht so der Fan von. Ja, du schießt gegen das... Habe ich Never vorhin eigentlich gesagt? Endportal? Ich glaube, da habe ich Neverkristall gesagt. Ich meine natürlich Endkristall. Ich bin auch noch nicht richtig wach. Das ist meine... Meine universelle Ausrede für alles. Ich bin doch nicht... Aber ich bin wirklich noch nicht richtig wach. Ich fühle mich heute, als wäre ich nicht... Kennt ihr die Tage, wo ihr nicht richtig wach werdet? Ah, the good old... Äh... Cobblestone Generator. What? Das wäre geil. Obwohl, nee. Das würde das Game komplett zerstören, wenn es funktionieren würde, oder? Ich würde es nicht feiern. Ja, das würde ich nicht. Geil. Weil, guck mal, dann wäre Diamant nichts mehr Besonderes. Und sorry, ich bleib dabei. Junge. Eins der besten Gefühle in Minecraft ist... ...in einem neuen Let's Play Diamanten zu finden. Das ist einfach geil. Weil dann kannst du halt endlich Progress machen. Ah ja, und die macht keinen Schaden. Ey, das... Das muss ich auch sagen. Das sollten sie mal ändern. Junge, du stehst auf einer Säge. Das sollte dir die Beine wegschneiden. So lernen Kinder ja nicht, wie gefährlich das ist. Das ist doch nicht so. Das ist eine Melone, oder? Wow. Was? Eine Honigmelone! Gold? Hä? 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 Okay. Ich bin kein Experte, aber... Ich glaube, aus einer Honigmelone kommt kein Gold. Oder war das so eine Verzauberte? Okay. Ah ja, das kennt jeder. Weiß jeder. Bumm. Und es... Blup. Ja, ja. Das ist aber schon seit... Boah. Bestimmt zehn Jahren so. Oder? Weil ich... Ich spiele Minecraft seit... Circa zehn Jahren. Das war immer so. Ja. Schöne Köpfe. Amboss. Chillig, ja. Ach, dass man daran vorbeißen kann. Nee, da ist ja noch ein bisschen Platz für meine... Zehenspitzen. Ja, da geht's auch. Ja, ist es jetzt realistisch? Nö. Am Kuchen geht auch. Nee, Kuchen geht nicht. Ah doch. Ich dachte, bei dem geht's nicht. Weil man auf dem Kuchen ja auch so ein bisschen halb drauf laufen kann. Ah, das war's. Ja, ja, ich lasse ein Abo da und ein Like. War eine coole Sache. Schön lecker Fisch. Erer. Mr. 있�ores. Ja, ich lasse ein Abo da. Ja, ich lasse ein Abo da immer hin. B loneliness. Ja, ich lasse ein Abo. folks. Erer. Ja, ich lasse ein Abo da. Ja, ich lasse ein Abo da.